Ich bin gerne bei Studenten. Ich bin selbst nie in der Universität gewesen in meiner Jugend, deshalb gehe ich da jetzt besonders gerne hin. Mich hat auch interessiert das Thema Macht. Das ist etwas, was mit Politik und mit Demokratie sehr viel zu tun hat. Da muss man auch selbst mal nachdenken darüber. Das tut einem mal ganz gut zwischendurch. Ich hatte den Eindruck, dass es die, auf die ich hier getroffen bin, auch interessiert hat.